Saurons Diener reisen weit, um ihrem Herrn zu dienen. Ihr Vormarsch darf nicht gestört werden. Ja, und damit willkommen zurück bei Let's Play Schlacht und Mittelerde. Wir sind jetzt gerade dabei mit... Süditalien bildet die Grenze zwischen Gondor und dem Land der Haradrim. In diesem umkämpften Reich sind alle in Gefahr. Wollte ich gerade sagen, wir sind gerade dabei mit unserer Armee durch Süditalien zu marschieren. Macht euch bereit! Die werden uns doch nicht angreifen wollen. Feuer frei! Schießt, schießt! Jetzt! Die Schweine greifen uns an. So was. Stört dieses Lager der Menschen. Jagt sie aus diesem Land. Ein für allemal. Mach ich. Ihr geliebter verbotener Weiher. Legt alles in Schutt und Asche. Mach ich auch. Im Norden ist ein Lager der Orks. Los, holen wir es uns. Na gut. Aufstehen, ihr Hunde! Wir haben Messerarbeit. So. Zuerst einmal... Geht ihr. Geht mal da rein. Geht mal da rein. Und dann... Ihr. Und hier. Ist nämlich das zweite Mal, dass ich die Mission hier machen muss. Äh, geht hier hin. Und macht hier nach oben. Während der Rest... Erstmal hier, das Blatt mal. Ja. Macht euch kampfbereit! Macht euch bereit! Hopp! Seid wachsam! Hopp! Macht euch kampfbereit! Hopp! Und hopp! Bogen schätzen! Wüsste man nicht alles haben, ne? Ja. Diese Waldläufer verschmelzen mit den Bäumen. Treibt die Mumakil durch den Wald und zerstört ihre Deckung! Ja. Die Mumakil. Damit meint er wahrscheinlich meine Olifanten. Hey, meine Olifanten! Bietet euch von den Olifanten! Macht ihr nicht platt. Ich mach dich platt, wenn du meine Olifanten platt machst. Wohin warte ich dir noch! Sie greifen uns an! So, mach mal als erstes mal das Lagerplatt. Das hatte ich nämlich auch schon gemacht. Das gehölt da relativ schnell gehen. Natürlich Zeit. Oh. Hier oben steht noch ein Hochzeug rum. Nehme ich euch natürlich alle mit. Ach so... Es ist nicht so lang. Es ist nicht so lang. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja. Bleibt sie zurück! Und! So, mal ein bisschen, weil in die Lager kommt man so schlecht rein, hat man halt die scheiß Türme weg hier. Ja, da. Wir machen hier. Na, haut die weg. Zack. Zack, also wie geht das besser als beim letzten Mal, hihi. So, dann können wir hier mal, äh, Plünderung aktivieren. Damit kriegen wir nämlich jetzt zusätzliche Rohstoffe bei Zerstören, beziehungsweise beim Töten von Leuten. Wie ihr seht, da 75. Hier, auch nochmal ein paar. Zack, die Kaderne weg. Die Kaderne weg. Da unten kommt nochmal wieder ein. So, das Lager ist weg. Gleiches ist unseres. Achtung, Boden schützen. So, hier werden wir wahrscheinlich unsere Einheitenproduktion machen. Können wir unten nur Rohstoffe bauen, das reicht. Aber bevor wir hier irgendwas anders bauen, wird erstmal ordentlich aufgerüstet. Hier rüber. So, ja, wie gesagt, Rohstoffe, 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 Rohstoffe. Oh, die Leute sind tatsächlich da. Sind alle beide angekommen, gut. Aufpassen! So, Rohstoffe. So, Rohstoffe. Jetzt Rohstoffe. Das war ja nur ein Turm. Die bauen wir natürlich auch, um unser Lager gut bestmöglich zu schützen. Sie greifen uns an! Ja, ja, das habe ich schon mitgekriegt. Dann brauche ich eigentlich hier oben nur... Hop, 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 hop. Hier hin. Ich baue das Kier mal ein Wege weg. So. Damit die... ...typen da weggehen. Dann könnten wir hier eigentlich... Was wollen wir hier mal hin? Im Grunde brauche ich nicht viel. Troll-KW... ...das Belagerungswerke braucht man gleich gar nicht. Hier unten steht noch einer. Was lasst ihr denn in Ruhe stehen? Nächste tun, oder was? Ja... ...Fleischfabrik. Fleisch. Oh. Harateren brauche ich nicht zwingend. Lass mal weg. Weg jetzt. Zumindest für diese Runde. So. So, ihr geht mal hier hin. Hier, Bobs. Geht man hier hoch und haut mal alles, was es da oben steckt. So. Ja. Na gut, hätten wir auch ein Seeggewerk bauen können. Gerade bei den scheiß Waldläufern, die Nerven. Na gut, wollen wir ja hinten halt ein Harater im Palast hin. Nur damit wir alles vollständig haben. Das Lager wird angegriffen. Ist ja nicht so, als hätten wir keine Kohle. Die greifen uns an. Seid wachsam. So was. Ehrlich, ja. Wo kommt man denn da hin? So, hau mal alles weg. Ballant ihr, mal hier oben. Weiß dich zurück, tritt den Verboten bei uns. Uäh, das war Fieler. La, 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 la. wir haben auf euch gewartet heute alle weg jetzt haben sie sich geheilt sowas fahrer mir ist gut der arme ja gut kommt mal wieder hier runter ich will nämlich meine neue horde und so weiter und so weiter ausstatten obwohl hier sind ja eigentlich relativ gut ausgestattet ich guck mal hier hoch da oben ist noch irgendwas ich hab davon gerade leuchten sehen ich hab keine will ich sein hier schickt ihnen einen pfeilhagel ja komm haut da ab macht euch bereit ach so das ist das ding hier so gehen wir mal ein stück zurück ihr sammelt mal die rohstoffe ein die hier rumliegen hallo geht ja gar nicht hier mal ein bisschen die deckung wegnehmen das die sich nicht mal verstecken können was haben wir hier findet unsere steuerung verboten war ja gut wir haben ja nicht alles äh die typen hier oben richtig noch ausstatten mehr droppen können wir nicht befehligen okay dann geht ihr mal da hier rein geht ihr mal hier rein komm geht mal rein grüß grüß jawoll damit könnten wir wieder truppen bauen wir haben etwas höhere reichweite als hier kann das sein so gut spannt eure bilden ich will nämlich ich will nämlich sollte er jetzt lang hoff ich mal ich will nämlich sind sie das ist das der feind da kommt schon wieder welche ach das ist doch schlimm ich will hier oh der wird nicht fertig so weg sind sie okay mehr wollte ich nicht jetzt hängt das hier fest 20 kommandeurspunkte na gut okay haben die sich wieder aufgeheilt dann gehts nicht menoo ihr seid doch doof hier geht mal da rein ich hab was für euch extra fleisch hihihihi ich will da nur ein paar feuerpfeile ich will da nur die anderen da noch aufrüsten sind das zu viel verlangt da ist der feind was soll wir tun das reicht nicht wisst mich verorschen na gut dann reicht's halt nicht so jetzt habe ich die schnauze voll jetzt greifen wir da oben an kann ja wohl nicht sein scheiß auf den weier hier zu ende mit dem weier ausgeweiert da war er hin für die menschen gibt es kein morgens mehr sich einfach am verbotenen weier verstecken mein elefant hihihi bam 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 keine helden ja klar waren ja auch keine dabei paar aufgestiegene einheiten rohstoff multiplikator ansonsten ein ganz guter ganz guter angriff mhm die zerstörung mittelerdes darf nicht ins stocken geraten das habe ich auch nicht vor das ins stocken geraten zu lassen deshalb werden wir jetzt erstmal eine folgenpause einlegen und morgen machen wir uns wieder frisch ans werk freut mich dass ihr wieder eingeschaltet habt bis zum nächsten mal tschüss